Die Welt im Jahr 2017. Auf der Erde gibt es immer mehr Autos, die die Abgas produzieren. Immer mehr Tiere sterben und Abgasswuchungen verdecken die Erde, bis schlussendlich alles vor Abgas ist. Im Jahr 2020 erfindet Albert II. in den Teleporter. Ein Teleporter ist eine Maschine, die man in einer Sekunde von Ort zu Ort reissen kann. So werden die Autos überflüssig, Klimawandel wird gestoppt. Greenpeace Vorwärts. So heisst das neue Fach, das wir in der Schule unterrichten. Dabei sind die Schüler top motiviert und haben Spass, am Unterricht teilzunehmen. 20 Jahre später. Mit dem Fach Greenpeace Vorwärts ist allen klar geworden, wie schlecht die Welt früher war. Die Welt ist jetzt so, wie sie sind und bleiben. Es gibt keine Autos mehr, die die Luft verpesten und das Tier kann wieder saubere Luft atmen. Ein Film von Miran, Nuri, Seliran und Bravin.